Heute ist Geburtstag, ich hab alles vorbereitet, habe Dosen, Bier gekauft und auf dem Teppich ausgebreitet, bunte Kerzen aufgestellt und ein bisschen was zu essen. Nur der Kuchen ist noch im Laden, den hab ich leider dort vergessen. Punkt 8 Uhr kommen die Gäste, ich habe alle eingeladen. Zum Hauptmüh gibt es die Reste von den letzten 5-6 Tagen. Heute ist Geburtstag, 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 heute ist Geburtstag. Wunsch wie Solo! Leider sind nicht alle da, ein paar Leute sind zu wenig, sie kennen diesen Tag im Jahr und deshalb auch den König, die noch da sind, sind sehr blass und schauen sehr benommen. Andere brechen durch den Garten, denen ist das Essen nicht bekommen. König Kotze sagt, Tschüss Gäste, noch viel Spaß mit eurem Magen. Zum Hauptmenü gab es die Reste von den letzten 5-6 Tagen. Heute ist Geburtstag, heute ist Geburtstag, heute ist Geburtstag. Heute ist Geburtstag, heute ist Geburtstag, heute ist Geburtstag.